Was geht ab Leute Zane ist wieder da mit einer weiteren kleinen Theorie die ich gerne mal in den Raum werfen würde. Ich habe euch ja der letzte von der Theorie erzählt, dass Wangzi und Silver Axe auf der Thriller Bug zu sehen waren. Heute möchte ich euch eine neue Theorie von mir erzählen, die sich rund um Wangzis Herkunft dreht. Und zwar heißt der Charakter ja auch Uchuko oder auch Wangzi. Dieser Charakter ist sicherlich an den echten Piraten Wangzi angelehnt. Der echte Pirat Wangzi kam aus China und welches Land in One Piece ist an China angelehnt? Genau Kano Kuni. Also könnte es durchaus sein, dass Wangzi aus Kano Kuni kommt, denn wirklich viele Charaktere mit chinesischen Namen gibt es in One Piece nicht. Und alle die bisher aufgetreten sind kommen aus Kano. Kano Kuni hat eine bekannte Piratenbande und zwar die Harpo Navy, welche rund 1000 Mitglieder erzählt. Der echte Wangzi war auch Teil einer riesigen Piratenbande zu seinen Lebzeiten, und zwar den Woku Piraten. Die Woku Piraten waren eine riesige Piratenbande mit fast nur chinesischen Piraten. Sie haben über lange Zeit die Meere dominiert. Durch diese Bande hatte Wangzi auch den Beinamen Piratenkönig bekommen. Doch nun möchte ich noch weiter gehen. Wie wir wissen ist Sai der 13. Kommandeur der Harpo Navy, was Don Chin Chao zu dem 12. Kommandanten macht. Doch wer waren die vorherigen Kommandanten? Könnte es sein, dass auch Wangzi früher ein Kommandant der Harpo Navy war. Die Rocks Piraten formten sich auf der Pirateninsel Beehive Island, wo auch der Davy Backfight erfunden wurde. Was wenn es damals wirklich einen riesigen, natürlich brutaleren Davy Backfight gab unter mehreren Piratenbanden. Und der Sieger wurde der Kapitän der Rocks Piraten. Was wenn auch die Harpo Navy damals daran teilgenommen hatte. Und Rocks bemächtigte sich der Harpo Navy. Was haltet ihr von dieser kleinen Theorie? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao!